yo leute was geht ab ich bin high on life und wir spielen roadblockers gaming umgekehrt ich bin roadblockers gaming und wir spielen high on life und wir besiegen jetzt die nein tor nicht hier sondern einfach nur ein tor und der kampf hat schon begonnen oh 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 holisch du das macht auch Spaß ja wird das ganze wie jetzt kleider ach so wie können sie müssen jetzt die luft weil die plattform ist ja weg ich kann dem nicht zuhören und gleichzeitig ach so der kann ja ja okay ich habe es kapiert was er mit der fleck gemeint hat schild zerstört aber mein schild nicht die also die schüsse kann man reflektieren von ihren grünen einfach nur in der luft bleiben bis hier die plattform unten reise jetzt lade ich schon mal auf wo ist die network ist gar nicht da nein du tigst gar nichts mit macht die selbstmord oder was predator wenn wir kein selbstmord und eine super attacke kopfgeld erhalten nein torg ist super oh ja ein fatality das ist ich mache es jetzt aber kalt ja cool sie hat sich gerade bedankt und ich habe sie schon gebracht naja komm was soll ich denn machen bitte so entkomme aus dem hauptquartier alles klar wie da oben so hätte sie uns geholfen ich hoffe ich hoffe dass ich jetzt nichts falsch gemacht habe es geht nicht okay gucken wir mal können wir einfach durch diese tür ja tatsächlich es geht immer einfacher als man denkt ich verwende den radar unten links in dem visier um luke loxe durch braunberg markierungen zu finden was sind luke loxe sind das die punkte hier zum halten oder diese dinge gehen wir mal da hoch 90 meter geradeaus was das denn für ein scheiß ja da kann also wir sind jetzt gestorben und sind auch auf dem richtigen weg dadurch also einfach hier zurück und hier steht jetzt auf englisch unten was das bedeutet einfach ich kann auswählen wie schnell die reden sollen hier und so oder wie oft sie reden soll nicht wie schnell ich bin dafür dass wir das lassen mit dem gelaber und ich finde das nämlich witzig deswegen lasse ich es einfach mal eingeschaltet sonst reden sie gar nicht mehr da muss ich mehr reden übernehmen einfach meinen job so ja komm ich komme hier raus ja muss ich da drauf schießen no aber interagieren kann ich damit nicht es geht einfach irgendwie auf ok so dann gehen wir mal zurück nach hause und dann jetzt holen wir uns das nächste achievement und zwar müssen gene töten also nachdem wir das messer geholt haben gehen wir jetzt hier rein und die tür ist geschlossen also das messer will ja team schon töten deswegen werden wir ihnen gefallen tun wir müssen kurz warten weil gelabert wird oh thank you so what did you feel like killing nine talk look i gotta be honest it felt good it felt great i mean hey gene lift up that shirt and expose your soft little belly for me i'm coming in hot yes forgot how psycho he was why don't you just uh hold on to him for now oh sure yeah we'll uh we'll keep him far away from you yeah thanks now uh go turn in your bounty at the bounty 5000 i got it all set up for you oh no seriously let me stop him okay stop him what the fuck don't knife the hand that feeds yeah fuck yeah fuck you fuck you gene you piece of shit oh shit sorry fuck alright neues achievement bekommen let's try again later und ich guck grad was nach gut liefere die dna von nine talk ab äh hier liefere belohnung tausend geht zu mr keeps alles klar wir wissen ja wo der ist lass mich raus was zum teufel ist das denn für ein film denise richards und call walker in tabby and the t-rex okay naja kein bock mit dazu reden wir gehen raus oh oh da ist es tanny and the t-rex teenage t-rex man kann einen film im spiel gucken ich bin jetzt gespannt ob man hier wie weit man hier gucken kann wir bleiben jetzt einfach mal hier das ziehen wir uns jetzt rein viel spaß ob das jetzt wirklich der film ist ich kenn den film nicht aber das wäre mal echt interessant wisst ihr was ich werde das jetzt googeln tanny and the teenage t-rex weil sonst fragt ihr den kommentaren ob das jetzt wirklich ein film ist oder nicht deswegen werde ich das für euch tun tanny t-rex tanny and the t-rex der teenage t-rex der mensch dinosaurier hier steht das ist ein hochklassiger hollywood unterhaltungsfilm mit den superstars dennis richard und paul walker am höhepunkt ihrer karriere sowie special effects die an dressing park heranreichen ok den film gibt es tatsächlich wirklich es gibt ihn man kann ihn kaufen gute bewertungen oh mein gott also wir können ihn gucken wir gucken jetzt aber nicht weiter scheiße wir wollen jetzt weiterspielen lassen wir die zweimal den film hier gucken ähm wir gehen jetzt hier raus wir wollen ja noch ein bisschen spielen oder aber diese kleine musikvideo hier mit denise richards war ja schon sehr interessant also laufen wir mal zu mr keeps und später können wir vielleicht gucken ob der film noch läuft so geil so geil und so bescheuert es ist einfach nur genial also wirklich witzig ich finde das so geil einfach hammer so hier ist mr keeps ja was wie ging das wo ist es ist weg wieso ist es weg da stand so eben hallo da stand doch eben ich kann lb gedrückt hat ah ja jetzt ok der dodge unit ah ich kann es mir hier aussuchen der dodge unit äh rucksack rucksack aber das ist doch ich habe nicht gelesen was er gesagt was da auf deutsch stand dodge unit ist irgendwas zum ausweichen trommel bestimmt nicht aquario war auch nicht dodge unit dodge unit dodge unit Ausweicheinheit da ist es du kannst versuchen ohne dieses Ding auszuweichen aber es wird nicht annähernd so effektiv oder cool sein so weichen die profis aus mit einer Ausweicheinheit die sozusagen den raum um dich rumpf so verzerrt dass du in der lage bist naja schnell auszuweichen cool all right there you go one dodge unit have a nice light all right we got it let's try this bad boy out and then head back to gene lass uns doch mal was anderes kaufen noch ein deckenlicht nicht zum verkauf fuck you nicht zum verkauf die verkauf nix geh nach hause ok dann gehen wir nach hause gucken ob der film noch läuft die schwester ist immer noch auf drogen also unsere schwester weil ich meine sie wurde gerade auf einen alien planeten gebracht und guckt sich den denis richards film an alter läuft nicht mehr schade 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 oder können einfach da reingehen coole retro animation soll ich mal er lang dauert das denn jetzt er ist halt ein ladebildschirm die hätten ruhig noch denise richards ein bisschen zeigen können die ist cool das spiel abgekackt hoffentlich nicht da wird man kehre wenn man sich sowas anguckt da kann man doch nicht reingucken ja ist gut lädt wie lange lädt das denn alter ist das spiel abgestürzt oder was das war ein bisschen lange jetzt so wir können aber jetzt ausweichen wir haben ja dieses ausweich dingens da gekauft und ja ja wir sind jetzt auf einem sandplaneten wir können uns ja ein bisschen umgucken wir sind so satelliten oder was sendwurms ja das ist nicht so gut sind raketen wir mal nicht getroffen egal weiter das gleiche gesagt nicht ich habe gesagt er auch also wir verstehen uns gut die waffe und ich eine kiste eine von 16 kisten also kann man ja lange suchen hier in dem gebiet wo müssen wir hin dahin haben wir alle getötet glaubt nicht na gut aber ich würde mich gerne ein bisschen umgucken zwar da vorne zum beispiel nicht nur der story folgen sondern halt auch mal links und rechts nachschauen vor vor ort das wrack vorne ist wieder irgendwas hier verbriert mein controller gerade das wird scheiß okay also da sollten wir vielleicht jetzt nicht mehr hingehen also wir folgen jetzt der story egal was ich gerade eben vor einer sekunde noch gesagt habe ja ja ich hoffe ihr seid genauso amüsiert wie ich hier in dem spiel ich hoffe dass ich es auch gut mache mit den let's plays ich habe gesagt ich habe lange keine gemacht ich hoffe es gefällt euch hier ist noch eine kiste die holen wir uns jetzt wenn ich raus finde wie wir darüber kommen hier ist kein punkt zum greifen aber irgendwie muss das gehen vielleicht später kommt man hier zurück oder so weil so komme ich nicht hier hoch vielleicht lernen wir auch noch eine andere fähigkeit mal schauen wir warten einfach mal ab ja das ist doch ein bisschen normal und mehr dieses Astro ist immer noch ein was wow wow warte okay hold on you know maybe we can use that to our advantage hey you know i'm sure this goes without saying but the green stuff is toxic also grünes zeug ist giftig nicht reingehen alles klar mache ich nicht was los ich liebe dieses spiel das ist so geil ey oh mein gott okay weiter es ist mal was anderes hier was was greift mich an naja drohnen kann ich kann hier nicht rüber springen wir töten erstmal die drohnen das ist das wichtigste hier ist noch eine kiste die habe ich gar nicht gesehen dass wir da waren wartet mal kurz ich gehe mal schnell zur kiste das ist wichtig da ist geld drin geld ist immer gut also springen wir mal noch mal rüber und sterben und ja das war jetzt nicht so geplant wir sind gar nicht tot aber fast weil hier kommen wir nicht mehr weg dann stellen wir jetzt ok ladebildschirm ja ich will einfach mal wieder zurück weil ich will die kiste schon muten das ist mir wichtig denn da sind 100 persos drin die ladebildschirme also die ladezeiten sind auf der xbox war ein bisschen hoch sage ich mal auf dem pc wahrscheinlich kürzer series x sowieso guck mal hier cooler effekt kann man machen während im ladebildschirm alter das dauert aber echt lange aber hier entschieden das ist übrigens so orange eis so ein komisches elektronische zigarette hey cool ladebildschirm jungs ich würde sagen wir machen an dieser stelle stopp denn diesen ladebildschirm wollen wir uns nicht fünf minuten weiter anschauen und wir machen dann in der nächsten folge weiter mit da wo wir jetzt stehen geblieben sind also leute danke fürs zuschauen und schaltet bei der nächsten folge auch rein jetzt hat es natürlich geklappt trotzdem geht es dann in der nächsten weiter also leute bis bald haut rein peace